Mom, Dad, ich bin's, Thomas. Womit fang ich an? Es sollte eigentlich nur eine kleine Party werden. Ich wollte mal für eine Nacht cool sein. Ich wollte bei den Mädels auffallen. Und dann ist alles außer Kontrolle geraten. Heute geht's um die Granaten, bei denen wir sonst nie eine Chance hatten. Heute geht's darum, genau das zu ändern. Ist das fett genug, um cool zu sein? Das verändert alles. Wir wollten nur noch mal anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, alles cool.